ARD Text im Auftrag von Funk Er hat nur meinen Namen gesehen als der Gegner ja ich sag ja ich hoffe noch andere Menschen auch schon gut Ah die Saal BWB Hjuray irgendwas Alter der Fakten hier jetzt schon ab mit seinem Scheiß Pinsel der ist gut mit einem Pinsel da muss zugeben der Typ Potsdam wenn er die Person auch wenn ich das mag sie nicht gut die wissen was sie tun auf jeden Fall ach komm schon ernsthaft ja ich bin hier hinten gekommen dieser Hjuray alter der geht mir jetzt schon auf die Eier aber egal wer im Grotdut der kann auch irgendwas manchmal manchmal aber nicht immer oder wie doch eigentlich kann der was also der ist nicht scheiße Brodude Aaaaaaaaaaaaaaaa Ich muss sagen Brodude hat eine sehr langsame einen Roller erwischt. Aber er hat dafür... Ach, Jodi hat er nochmal. Das heißt, wenn man auf Geschwindigkeit geht und ganz nah an ihn rangeht, hat er keinen Raum. Ich habe auch so einen Mega-Behinderten-Roller. Habe ich so das Gefühl. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich weiß ja nicht, ob ihr wusstet. Fuchs mein Name. Oh mein Gott, der Pinsel-Typ geht mir jetzt schon auf die Nerven. Also Bro-Typ ist... Alter! Die Pinsel-Auswahl... Der Klecks-Roller-Auswahl ist... irgendwie... nicht so richtig gut gewesen. Der Pinsel-Typ, ne? Der ist überall und nirgendwo. Ja, das ist halt echt so. Ich komme nicht aus dem Sport raus. Er rasiert sich jedes Mal. Der Typ, Alter. So, wenigstens habe ich jetzt auch so einen Ficker runtergeklatscht. Oh, der Scheiß-Pinsel-Typ schon wieder! Dieser WWW-Jura, Alter! Was ist los mit dir? Alter, wenn du dieses Video siehst, ne? Ich schwör's dir. Das ist pure Demütigung. Ne, das kann nicht wahr sein. Der war schon wieder. Das ist so lächerlich, ey. Der kann doch nicht überall sein. Ja, anscheinend schon. Der Typ ist einfach gut, Mann. So, Alter! Der ist aber... Nur in der Mitte hängt der, gefühlt, ne? Alter, was... Was geht mit dem Typen ab, Mann? Hat der irgendwie... Ich weiß nicht. Zu viel von der Farbe gefressen zum Frühstück. Aber was halt echt seltsam ist, wie weit der mit seinem Pinsel kommt, ne? Der Pinsel hat starke Waffen, wenn man damit irgendwie kann. Ja, gut. Naja, das ist... Ich hab noch irgendwas versucht, das Ganze bei denen hab ich gemacht. Aber irgendwie hat sich das Ganze gereicht. Ja, du kommst halt auch nicht allzu weit, ne? Das muss man halt auch mal dabei sagen. Weil, letzten Endes... Ja! Und dabei hab ich noch keine Effekte auf meine Waffen drauf, auf meine Klamotten. Ja... Keine Ahnung. So, ich hab nur halt diese Standard-Effekte drauf. Und selbst die sind irgendwie so... Mhääh... So, ok. Doch, da ist ja voll in die Tasten am Hauen. Was ist da los? Mikroempfindlichkeit over 9000? Äh... Nicht wirklich. Mikroempfindlichkeit ist gut. Nur, äh... Ist eine mechanische Tastatur. Und das wäre schon mal wichtig. Alter, ich... Ich hab auch eine mechanische Tastatur, aber die ist nicht so krass laut wie deine. Da muss man auch aufpassen. Es gibt manche, die sind leise, aber eigentlich sind die echt richtig laut. Ja, gut. Meine kostet auch... Ich glaube... 230 Euro. Alles klar. Die ist halt... Die ist halt schon ein bisschen konfi hoch 20, ne? Dieser Pinsel-Tipp, ne? Der macht mich kürren. Alter. Der macht mich fertig. Alter, dieser Art-Pubble schon wieder, Alter. Das ist ja... Oh mein Gott, der Clan übernimmt den Raum, Alter. Ja, das ist echt... Ekelhaft. Zwei Gegner-Team, zwei in unserem Team. Was ist da los? Wenn immer mehr... Hau ab! Was die Menschen sind... Alter! Ja, das wäre drück. Weißt du, da kommt er von hinten mit so einer scheiß Goldwaffe an. Wo ich mir denke... Hast du keine andere Hobbies, mein Freund? Nein, glaube ich nicht. Aber es freut mich, dass es dir gefallen hat. Außer... Außer Goldwaffen sammeln! Oh Gott, da krieg ich... Weißt du, da krieg ich Herpes bei. Was ist das? So, Kürchen! Ich kam mit dir da zu fünft oder warst du um mich herum? Ich hab dich schon wieder zur Zeit gesehen gehabt. Bei dir hab ich mich gerade gekreist. Auf einmal kommen da so tausend andere Leute, Alter. Gefühlt. Ihr wart einfach zu fünft. Wir waren zu dritt. Hallo! Nein! Alter, was... Was war das denn jetzt schon wieder? Was ist eigentlich für fucking Granat... äh... Minen, die da überall rumliegen, ne? Das war keine Mine. Ich bin in einen Hamster gegangen mit Fremden. Nein! Nein, 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 nicht du! Das war... grüne... äh... äh... gelb rüber und bin einfach gemient. Tot. Das sind... Meistens sind das Cedrics Bubbles, die der da irgendwie... rausrotzt. Wo man sich dann denkt... Alter, was ist... was ist... falsch mit dir! Nein, 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 nein! Geh weg! Junge! Nein! Nein! Da kommt Brodude! Brodude! Der kam hinten eben noch an, weißt du? Aber nein! 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 Die haben den Bissenscheap von dir weggebekommen, Nero! Und dann kam Brodude, ne? Der wollte es wissen! Halt's auf fucking Brodude! Er hat auch so ne riesige Range, der Wolf! Ja, aber ich sag's, wir gleich mal, damit du es weißt, wenn du nah an ihm ran bist, bringst du mehr! Juretti, aber ich komm nicht nach an ihm ran! Nein! Ich bin runter ins Schwimmbad geflogen! Was? Das ist richtig! Das ist richtig! Oh! Genieß es! So, ich geh mal... So! Bam! Wunderschönen guten Tag! Bis! Bis! Die nächste Penetration! Vorne hinten! Wenigstens hier noch ein bisschen was am einfärben, dass man das einigermaßen retten könnte! Aber... Lächerlich! Nicht... Nicht... Ja! Komm, Alter! Der Brodude ist schon wieder da, Alter! Der Junge, der möchte auch nur biefen, ja! Jetzt... Jetzt bin ich mal gespannt! Ich glaub aber nicht, dass wir irgendwas gerissen haben! Nee! Siehste! Doch! Wir haben was gerissen! Nicht! Alles klar! Alter! Egal! Hauptsache man hat Spaß bei dem Game, also von daher, alles gut! Würde ich mal behaupten! Ja! Ich frag jemand... Äh... Nach seinem Discord! Und er schickt mir einfach nur seinen Name! Das ist auch immer so geil! Ne? Also... So Leute hab ich halt auch immer, wenn ich am Streamen bin, dann kommt so... Ja! Wie heißt denn du im Discord? Bzw. Wie heißt dein Discord-Server? Hast du mal einen Link? Kommt... Auch echt immer nur dein Name jedes Mal! Und dann denkst du so... Haaaah! Noch jemand, der keine Ahnung von irgendwas hat! Aber... Ja, der fragt mich so, ob ich ihn... Wie heißt denn Banner machen kann? Ich so... Ja klar! Wie heißt es auf Discord? Und dann schickt ihm jetzt seinen Namen! Und ich denk so... Danke, Vorhochle Tech! Kommt keine Antwort mehr! Auch geil! Achso! Und falls ihr einen Banner haben wollt! Schaut doch einfach mal bei Core in seinem... Kanal vorbei! Oder generell! Könnt ihr ihm vielleicht direkt eine Direct Message schreiben! Und dann wird er sich dem, wenn er denn dann Zeit hat, glaube ich sogar annehmen! Oder? Wie sieht das bei dir so aus? Also wenn... Also im Moment mach ich alles für free erstmal, damit ich erstmal so eine Range aufbaue! Also seht ihr Leute? Ihr könnt sogar Banners for free haben! Und das Intro, was ihr im... Ja, was ihr als Intro gesehen habt, so ne? Das Intro, was ihr im Intro gesehen habt! Da ist... Ähm, auf jeden Fall, das hat der Core auch gemacht! Und... Das ist eigentlich ganz nice geworden! Also... Sehr braunlich, ne? Der fühlt sich an wie so eine Sniper von da hinten! Der Bro-Dude, der ist so... Weiße... Er ist nicht wirklich... Bro! Bei uns doch gerade, weil bei uns sind wir dabei! BAM! Jungen! So, etwas verspätet! Weil ich hatte Durst! Mussten wir jetzt das Trinken holen! Achso, deswegen ist das Feld noch nicht eingefärbt gewesen! Richtig! Das erklärt's! Aber jetzt bin ich da! Ach komm, Alter! Da kommt der scheiß fucking Core, weißt du? Also knapp eine Minute hab ich jetzt verschwendet, aber ja gut! Lass mich raten, du bist auch nicht in meinem Team-Set weg! Nein, bei mir! Äh, ne! Ja, war ja klar so, ne? Die Sache ist aber zeitlich nicht mehr da! Ja, wir haben euch trotzdem schon eingenommen! Sniper ist ne Unterstützung! Forever Alone! Und so! Alter, da kommt so ne scheiß Wolke runter! Du warst eigentlich... Du warst eigentlich auch falsch gelaufen hier, hm? Ich glaube, Sniper auf jeden Fall! Ich bin nicht falsch gelaufen! Ich war immer irgendwie... Alter... Core, ich hasse dich Junge! Ich hasse dich wie die Pest! Alleine nur dafür, dass du mit so einem scheiß Splatding vorbeikommst und dann... Tausend Kids wurde auch endlich mal gestoppt! Ist halt echt so, ey, den Jungen, den kannst du... Ach komm, Mann, jetzt reicht's! Jetzt mach ich auch mal ein bisschen mit! Das dauert ja hunderte, bis sie die da hinten kalte kriegt hat, Mann! So verlieren wir ja noch! Was? Ich mach hier ganze zwei Kilten wieder raus! So, du rechten Eckern! Du musst den irgendwann nicht aufhalten! Wenn wir alle nur rollen haben! Hier, ruhig seh dich! Schön! Alter, das kann's doch nicht! Weißt du? Ja, ja, ja! Einfach die Wand durchschwimmen hast du nicht gemerkt! Ich denk mir nur so, das kann noch nicht sein! So, und... Ah, verdammte Kacke! Setti, pass auf, hinter dir... Jemand! Wenn ihr weiter so macht, dann wird das hier nix! Ich muss mich immer wieder, äh... Gegen dieses... Nero! Ja, 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 ja! Alter! Und dann krieg ich die nicht mal, wenn wir sie geklaut, Alter! Typisch! Typisch! Da krieg ich wieder... Na, da krieg ich die Geier bei! Ja! Jawoll! Noch zum Schluss hab ich den Chor geknallt, Junge! Das... Das war die Rache! Oh, trotzdem verdorren, egal! Ja... Die Hauptsache, Leute, ist... Man hat halt Spaß bei Splatoon! Wenn man direkt sagt, so... Ah ne, ich hab dir die ganze Zeit wieder geballert, Alter! Hast du bei Counter-Strike, das hast du bei COD und wie die Scheiße alles heißt, ne? Hast du überall! Aber letzten Endes, was man draus macht, ist, wenn man Spaß hat! Oder wie würdet ihr das jetzt so sehen? Nein, immer alles kaputt schlagen! Weißt du, das sagt der, der hier die Ulti-Waffen hat, so 20... Weil der schon seit dem Release 24-7 am Suppen ist! Kampagne fasst auf 100%! Ja, so ungefähr! Ich fass auf 900%! Wie war das nochmal? 200 irgendwas hast du? 200% noch was, ja! Also das Raus der Morgen hat auch was genutzt! Kriegst du eigentlich in der Kampagne... In der Kampagne kriegst du da auch Waffen? Ja! Wenn du die Helden-Waffen... komplett... Also du hast 8 Waffen! Wenn du mit einer Waffe komplett den ganzen Modus machst, kriegst du die Waffe dann viel mehr Spielermodus! Ich mach sie mit allen 8 Waffen! Okay! Es gibt 9 Waffen! Sicher 9? Ja! Es gibt auf jeden Fall in der App 9 Slots, da muss es entweder noch eine Waffe geben, die... Ich hab auf jeden Fall... Auf jeden Fall hab ich den noch erledigt! Da halt alle 9 Waffen! Wie gesagt, alle Waffen halt! Mit denen mach jetzt! Ja! Wichtig ist auf jeden Fall, dass man halt alles macht! Da schießt da jemand auf ihn hoch! Hallo! Doppelkill! Kill! Kill! Da kommt der mit der Kack Blase schon wieder, leider! Ja, die Blase ist halt ne, ist halt ne Kumpelblase! Ja! Die kann halt gut blasen, die Blase! Eigentlich halt nur so'n schön Standard-Spruch, den ich aber jetzt leider nicht sagen darf! Hau halt raus! Ich mein, so jugendfrei ist mein Content jetzt nicht, ne? Weiß ich ja nicht! Ne, ne, also kannst du ruhig raushauen! Community Strike wegen Rechtsradikalismus! Nein, nein, also sowas unterstütze ich halt auch nicht, ne? Rechtsradikalismus! Quatsch! Also drei Typen in meinem Team alle kriegen nichts geschissen! Welches Team bist du? Das Pinke? Ja! Ich hab jetzt grad das komplette Pinke-Team aufgehalten, das Team tue ich heute! Ja, dann mach jetzt mal Chor platt! Ah, das war der Brodude, der hat sich klar schon vorgenommen! Ja, der Typ krieg mich immer, Alter! Ja, der ist aber auch, ne? Ja! Der Brodude, der ist aber auch in der Melonen-Gang immer unterwegs, ne? Also bei NerdShit ist er immer am Abgammeln! Ist halt auch ne richtig gute YouTuberin und Streamerin, also Grüße geben da raus! In dem Sinne, ne? Verdammt! Komm, die 48 Kunden, die reißen wir auch noch, ne? Oh, ich lebe noch! Ich war noch am Leben! Okay, das stimmt was nicht! Die Sniperfuzzi leckt, Mann! Wir haben keinen... Wir haben einen Sniper-Wort daher! Wir haben einen Sniper! Warum weiß ich sowas jetzt? Geht mehr hoch! Alter, Chor! Gehst du dich mal verpissen mit deinem Scheiß... Die leckt aber! Dieser Strahl war ganz woanders und ich bin gestorben wegen der... Alles klar, den... Ja, mit dem Neuro! Alter, willst du mich verarschen? Okay, das ist jetzt aber unsers! Das kannst du dich nicht mehr verkacken! Komm, Yannick, jetzt noch schnell! Nee, ich bin grad bei unserem Spawn einfärben! Mann! Naja, so... Zumal, ich hab immer das Gefühl... Wenn die Leute losgehen, ne? Die färben den Spawn nicht ein oder sonstiges... Nee, nee, das hab ich erst irgendwann mittendrin gemacht! Naja, so... Über 10 fucking Kills! Mann, was macht der denn? Aber ich glaube, im nächsten Part... Werde ich mal ne andere Waffe auswählen! Und wie jetzt hier den Roller... Ich mein... Noch neue Karten! Okay... Dann würde ich jetzt erstmal sagen... Leute, war es das mit dem Part? Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder! Schaut auf jeden Fall beim Chor vorbei! Und ansonsten im Stream immer mal wieder! Und... Habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Nö, soweit alles frisch! Alles zum nächsten Mal! Ja! Haha! Haha!